Hallo, herzlich willkommen zum 6. Dezember. Hey, heute ist Nikolaus und ich bin Sekretär MpK, euer Mann hier, der seinen Adventskalender macht. Heute will ich euch was erklären zu ein Tier. Es gibt Tiere, ich bin ein Experte bei Tieren und da gibt es hier so ein Tier. Diesen Tier hier annennt sich Katze. Diese Katze hat so einen schwarzen Kopf, kann man fast gar nicht sehen in dem Video. Diese Katze guckt mich an und ich weiß was Katzen denken. Zum Beispiel will diese Katze hier runter. Diese Katze will runter und ich weiß nicht was diese Katze noch will. Katzen sind so lustige Tiere. Man kann zwar Menschen, äh Katzen nicht verstehen, aber man kann trotzdem die verstehen, wenn sie so gucken. Man kann meine Augen fast gar nicht sehen, weil die hinter meiner coolen Frisur versteckt sind. Und naja, was wollte ich eigentlich sagen? Wir alle können die Katzen besser verstehen als wir, wie wir denken. Die haben so einen Blick drauf, dann machen die Miao, dann machen die so ihren Schwanz immer so hin und her. So. Wenn die sich freuen, so. Ne, das sind Hunde. Wenn die sich nicht freuen, machen die so. Wenn die cool sind, machen die so. Dann ist der Schwanz liegt dann nur so ganz ruhig. Die putzen sich immer. Jetzt putzt sich die Katze wieder. Unsere Katze ist übrigens ein Mann. Aber ein Mann ohne, ähm, Broden. Ja. Ich glaube, er hat gehört, was ich gesagt habe. Guckt euch mal sein Gesicht an. Kann ich nicht. Doch. Ne, kann ich nicht. Guckt mal hier. Bleibt mal hier. Die Katze drückt mir in mein Gesicht rein. Cool bleiben. Die Katze will eigentlich noch was essen. Aber immer muss ich für Essen zuständig sein. Ja, Katze. Du hast doch draußen was zu essen. Guckt mich ganz sauer an. Bist du sauer auf mich? Er hat gesagt, ja. Und das habe ich erkannt aus dem Blick. Das erfordert viel Übung. Und, ähm, Sachen mit dem Bauch. So, Erfahrungen und Gefühle. Ja, ich bin schon ein guter Experte mit Katzen. Und ich muss sagen, man muss auch eigentlich viele Bücher lesen, um mit Katzen gut umzugehen. Und ich kann mit Katzen gut umgehen. Sieht nun, streichle ich den Katzen. So, so. So, so. Ich habe jetzt gestreichelt. Das ist mal die Einheit von Streicheln für heute. Morgen gibt es eine neue Streichel-Einheit. Das ist streng begrenzt. Und da wird die Einheit von fixture. Das ist das registrin. Und da war es so. Vielen Dank.